Du suchst nach einem neuen Bike, das deinen Preis-Leistungs-Vorstellungen entspricht? Und hast auch schon eins gefunden? Deine Bestellung wird von unserem Team bearbeitet und gleich ins Lager weitergeleitet. Dort werden die verschiedenen Komponenten ausgepackt und an deinem Bike montiert. Das Bike wird gleich perfekt für dich eingestellt und auch getestet. Zuletzt wird das Bike vor Lieferschäden geschützt und in den Karton gehoben. Und schon ist es auf dem Weg zu dir.